Moin Moin und Waldmannsheil. Wir haben die erste Gerste heute gedroschen und beim Nachbarn auf der anderen Seite vom Knick ist eine Riesen-Maisfläche an die 100 Hektar. Ich vermute, dass die Sauen da wohl drinstecken. Das Schöne ist, wir haben komplette Strohliegen, also sehr gute Chancen auf Raubwild und natürlich auch auf Sauen, die auf der Suche nennt nach Mäusenestern und Mäusen. Und ich mach mich jetzt mal auf den Weg zum Sitz und nimm euch mit und wir schauen mal, was wir heute Abend in Anblick bekommen. Bis später. So, dann wollen wir leise zum Sitz gehen. So, dann wollen wir die Sitz gehen. So, dann wollen wir die Sitz gehen. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018